Was ich euch als Tipp gebe, dass ihr durch diesen Text in deutscher Umschrift aufschreibt, auf ein Blatt und immer mitlesen. Ich gebe euch noch einen schönen Tipp. Und das kann ich, Alhamdulillah, weil ich auch neuer Muslim bin, was ich euch für einen Tipp gebe, ist, dass ihr beispielsweise, wenn ihr zu Hause betet, euch zum Beispiel einen kleinen Tisch hier an die rechte Seite stellt, so, wo ihr ein Blatt drauflegt und diesen Text draufschreibt. Und dann schaut ihr halt nicht auf den Finger, sondern auf dieses Blatt und lest diesen Text ab. Dass ihr dort in deutscher Umschrift hinschreibt, Bis zum Ende. So, wenn man damit fertig ist und man ist im letzten Rakat, das heißt, man betet zum Beispiel zwei Rakats, letzte Rakat, dann sagt man Und hier könnt ihr das direkt mitlesen. Man hält den Finger weiter so auf die Art und sagt, schaut normalerweise auf den Finger, aber ihr könnt euch das auf dieses Blatt schreiben. Das ist eine Notwendigkeit und ein Hilfsmittel, um das Gebet zu lernen. Dann sagt ihr, Das heißt, Diese Dua am Ende. Und wenn man damit fertig ist, wenn man damit fertig ist, dann sagt man mit dem Kopf, guckt man auf die rechte Seite und das heißt, dass der Engel, der auf der rechten Seite ist, man sagt, man grüßt den damit oder der, der neben ihm sitzt und sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Und dann geht man auf die linke Seite und sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nuhma, man magtidiz du'a, Atahiyyatu lillahi, wa salawatu, wa tayyibatu, Assalamu ala nabi, wal rahmatullahi, wa barakatuhu, was salamu alayna, wa ala ibadillahi, as salihin, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan, abduhu, ashu, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan, abduhu, w rasulhu. Allahumma sali ala muhammad, wa ala al muhammad, kama salayta ala ibrahim, wa ala al ibrahim, innaka hamidu magid. Allahumma barik ala muhammad, wa ala al muhammad, kama barakta ala ibrahim, wa ala al ibrahim, innaka hamidu magid. Allahumma inni a'udhu beika, min a'azaabi jahennama, wa min a'azaabi al-kabri, wa min fitnatil mahya wal mamad, wa min shari fitnatil masihid ajal. Dann, as-salamu alaikum warahmatullah, as-salamu alaikum warahmatullah. Da muss man nicht so machen, manche Leute denken, man müsste irgendwie den Hals verhängen. as-salamu alaikum warahmatullah, as-salamu alaikum warahmatullah, gibt es nicht. So, dann macht es so, as-salamu alaikum warahmatullah, und das Kind soll so sein, dass man von hier sehen kann, ja, nicht nur so, ja, auch nicht so nach hinten, sondern so, dass wirklich fast aufgrund wird. as-salamu alaikum warahmatullah, as-salamu alaikum warahmatullah. Okay. Dann ist man fertig, mit dem Gebet. Das heißt, man kann auch sagen, as-salamu alaikum warahmatullah, as-salamu alaikum warahmatullah. Das heißt, es gibt vier verschiedene Versionen, das zu sagen. Meistens sagt man, as-salamu alaikum warahmatullah, as-salamu alaikum warahmatullah, das sagt man meistens. Man kann auch sagen, as-salamu alaikum warahmatullah, hier, oder, und dann hier, as-salamu alaikum warahmatullah, oder man sagt, macht den Kopf auf diese Höhe, nicht auf diese Höhe, in die Richtung, sondern hier, so, so ein bisschen schräg, und sagt, as-salamu alaikum, das sieht man noch sehr viel in Marokko. Dann, kann man auch sagen, as-salamu alaikum warahmatullah, warahmatullah, as-salamu alaikum warahmatullah, dann ist man fertig, mit dem Gebet. Was ich jetzt machen werde, ich werde die einzelnen, und das ist, wie das Gebet allgemein aussieht. Jetzt werde ich jedes einzelne Gebet, vom Tag, durchgehen, und werde euch berichten, wie die einzelnen Zeiten aussehen. Denn Allah sagt im Koran, inna salat, ka'ana al-mu'minin, ki'ta'bin ma'ukkota. Das Gebet ist den Gläubigen, zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben. Und jetzt werde ich die einzelnen Gebete durchgehen. Das heißt, das Beste ist, ihr besorgt euch einen Gebetskalender, für eure Region. Kriegt ihr in jeder Moschee, und kann man auch aus dem Internet herunterladen. Weil das ist das Einfachste, weil die Zeiten berechnen, das ist eine schwierige Erklärung. Auf diesem Gebetsplan seht ihr sechs Gebetszeiten. Die erste Gebetszeit ist, der Anfang, der erste Gebetszeit ist der Anfang, des Morgensgebetes. Die zweite Gebetszeit, die ihr seht, ja, ist das Ende des Morgengebetes. Das heißt, zwischen den ersten beiden Zeiten, muss man das Morgengebet beten. Wenn man es absichtlich nicht betet, in dieser Zeit, hat man eine große Sünde gegeben. Und wenn man es vergisst, muss man es nachbeten. Man muss natürlich auch nachbeten, weil man schuldet es Allah, wenn man es absichtlich nicht betet. Aber das ist eine große Sünde. Das heißt, die erste Gebetszeit ist was? Ist wo das Morgengebet anfängt. Die zweite Gebetszeit ist, wo das Morgengebet aufhört. Das Morgengebet geht folgendermaßen. Es besteht aus zwei Gebetsanheiten. Das heißt, ich gehe zweimal runter und mache zwei Zujud. Und mache zwei Verbeugungen. Auf diese Art und Weise. Die Kira'ah, das heißt, das Koran lesen, ist in diesem Gebet, das heißt auf Arabisch, heißt es Morgengebet, Fajr-Gebet oder Subh-Gebet. Das ist Subh- oder Fajr. Je nachdem. Ich komme doch auf die Region an, aber das ist beides richtig. Also ich fange wieder an wie? Indem ich sage, Allahu Akbar. Jetzt kommt was? Die Fatiha, das ist das Wort. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi, Rabbil Alameen. Arrahmanirrahim. Malik, Yawmiddin. Amin. 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 Die Fatiha. Das ist der einzige Bestandteil, der laut gelesen wird. Außer der Imam, der gibt die Kommandos an, damit die anderen ihm folgen, gibt er die laut an. Aber wenn man alleine betet, das ist das einzige, was man laut betet. Wenn man hinter einem Imam betet, liest man die Fatiha leise mit sich mit. Auf diese Art. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi, Rabbil Alameen. Allah, man, du bist der Mann, okay? Also, wenn man hier sagt, ist es, was machen wir? Allahu Akbar. Subhanerrabbiladim, 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 Subhanerrabbiladim. Dann? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbanaa walaqalhamd. Allahu Akbar. Subhanerrabbiladim. Subhanerrabbiladim. Allahu Akbar. Diese Dinge sind alle leise, wenn man alleine betet, auch wenn man hinter dem Imam betet. Nur als Imam sagt man das Takbir, Allahu Akbar laut. Ja? Ich mache das jetzt nur vor, damit man sehnt. Jetzt sage ich wieder, Allahu Akbar. Leise, geh runter. Dann sage ich leise, Subhanerrabbiladim, Subhanerrabbiladim, Subhanerrabbiladim. Jetzt komme ich hoch und ich sage leise, Allahu Akbar. Bleibe kurz sitzen, weil ich habe zwei Sajud gemacht. Bleibe kurz sitzen. Als wenn ich Brot knete, stelle die Hände auf und komme hoch. Stehe ich wieder, was mache ich? Ich sage, wenn ich alleine bete, zu Hause, das lese ich jetzt laut, die Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Und das Bismillahirrahmanirrahim kann man auch leise lesen. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Amin. Amin. Allâhu. Das Erste, der Herr, der Herr, der Herr, der Herr, der Herr, der Herr. As-Salamu alayna wa ala ibadillahi wa salihin As-shadu an la ilaha illa Allah Wa as-shadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma sali'a ala Muhammad wa ala ala Muhammad Kama salaita ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim Inna ka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ala Muhammad Kama barikta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim Inna ka hamidun majid Allahumma inni a'udu bika Min a'azaab jahenna Wa min a'azaab al-qabar Wa min fitna'a al-mahya wa al-mamaat Wa min shari'a masih dajjal As-salamu alaykum wa rahmatullah Das war das Fajr-Gebet, das aus zwei Rakats besteht Jeweils in jedem Rakat gibt es ein Stehen mit der Rezitation der Fatih Gibt es eine Vorbeugung Gibt es jeweils zwei Niederwerfung, das heißt mit dem Gesicht auf dem Boden, ein Zwischensitzen und im letzten Rakat hebt man den Finger und macht die entsprechenden Bittgebete Das war das Morgengebet Das war das Morgengebet Ich zeige euch nur die Pflichtgebet, damit ihr erstmal das Notwendigste wisst Das Mittagsgebet Und es hört auf mit dem Nachmittagsgebet Das Mittagsgebet geht folgendermaßen Man fängt wieder an Sagt Damit ihr das gut seht Allahu Akbar Und jetzt ist die Kira'ah, die Lesung des Korans leise Ich geh mit dem Kopf noch etwas näher ran, damit ihr es in dem Mikrofon besser hört Ich zeige euch in jedem Ein Schamanes Dr. Das Sch ważne Ich gehör uns Ein Schicked Amin. allahu akbar ala komandos laiza allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alhamdulillahirrahmanirrahim Malike Yawm الدin Iyaka Nnamur Iyaka Nistahin Yudna Seraat Al Mustaquim Seraat Al Zin Antallihim Khairin Mugdub Yallihim Bruttul Amin Allaho Akbar Subhanahu Rubbillillazin Subhanahu Rubbillazin Subhanahu Rubbillazin Subhanahu Rubbin Amin Sabah 유도 Allah Subhanahu Rubbillazin Subhanahu Rubbillazin Subhanahu Rubbillazin Allaho Akbar Harbi Fiat Harbi Fiat Harbi Fiat Allaho Akbar Subhanahu Rubbillazin So, jetzt bin ich hier angekommen. Das Mittagsgebet besteht aus vier Rakat. Vier Gebeteinheiten jeweils mit dem Zwei-Sujud, mit dem einen Roku, mit der einen Verbeugung. Jetzt sitze ich hier, nachdem ich Zwei-Sujud gemacht habe, und ich stehe nicht sofort wieder auf, sondern nach dem zweiten Rakat mache ich Folgendes. Wenn ich jetzt hier angekommen bin, brauche ich nicht mehr weiterzumachen, sondern was mache ich? Ich sage Allahu Akbar und gehe nach oben, und wenn ich jetzt oben angekommen bin zum dritten Rakat, hebe ich die Hände und tue sie hier drauf. Manche machen auch so, manche machen auch so, sie sind hier, bei dem Tahiyyat. Und sie sagen dann Allahu Akbar und heben die Hände hier im Sitzen schon. Aber es gibt einen, ich habe einen Hadith gefunden, im Majmur Fatawa von Sheikh Al-Islam und Temya, der eher darauf hindeutet, dass man sagt Allahu Akbar und die Hände dann hier. Aber diese Angelegenheit ist breit. Jetzt bin ich im dritten Rakat. Was mache ich wieder? Genau dasselbe. Bismillah. Ja'r'man al-Rahim, al-Rahim. Ja'r'man al-Rahim, al-Rahim, al-Rahim. Ja'r'man al-Rahim. Jetzt stehe ich auch zum vierten Rakat, weil das Zohrgebet, das Mittagsred, aus vier Rakat besteht. Das Zohrgebet, das Zohrgebet, das Zohrgebet, das Zohrgebet. Das Zohrgebet, das Zohrgebet. Das Zohrgebet, das Zohrgebet. Das Zohrgebet, das Zohrgebet, das Zohrgebet, das Zohrgebet. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So, jetzt habe ich gerade den zweiten Zohrgebet gemacht, den vierten Rakat. Was mache ich jetzt, wenn ich im dritten oder vierten Rakat reinkomme? Das Morgengebet besteht aus zwei Rakat. Das Mittagsgebet besteht aus vier Rakat. Das Nachmittagsgebet aus vier Rakat. Wobei sowohl das Mittags- auch als auch das Nachmittagsgebet. Das Nachmittagsgebet ist die vierte Zeit auf dem Gebetsplan. Alles leise zitiert wird. Während beim Morgengebet die Fertiha und die Surah laut rezitiert wird. Ansonsten ist alles leise. Die Fertiha wird laut zitiert, wenn man alleine zu Hause betet. Oder der Imam betet laut vor einem und man betet hinter ihm leise mit. Jetzt bin ich im vierten Rakat am Ende angekommen. Vierter Rakat. Was mache ich jetzt? Jetzt gibt es eine andere Sitzung. Im dritten und vierten Rakat. Das Abendgebet wird laut gebetet. Die ersten zwei Rakat. Im dritten Rakat ist Schluss. Das besteht aus drei Rakat. Ja. Und das Nachtgebet besteht auch aus vier Rakat. Jetzt mache ich folgendes. Im Unterschied zu den zwei Rakat. Wenn ich beim zwei Rakat am Ende sitze. Zum Beispiel im Fächergebet, das aus zwei Gebetseinheiten Rakat besteht. Dann sitze ich so. Jetzt aber sitze ich im vierten Rakat. Wenn das Gebet danach aufhört. So. Ich schiebe diesen Fuß hier durch. Und sitze auf diese Art und Weise. Das braucht ein bisschen Übung. Wenn man das nicht kann, sitzt man so. Wenn man das auch nicht kann, macht man so. Ja. Oder. So. Ja. Aber so hier. Nicht über Kreuz. Ja. Das heißt so. Und so ist optimal. So was mache ich jetzt? Wenn ich so sitze. Ja. Ja. Lass uns von der Seite sehen. Und von vorne. Jetzt bin ich im vierten Rakat. Ich sage. Wieder. A tahiyyatu lillahi. Aber leise. Alles leise. Ich sage es nur laut damit es hört. A tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa salamu alayna wa ala ibadillahi wa salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluhu. ... Was sagen wir jetzt, Tanakh? Wichtig ist, was habe ich für einen Tipp gegeben, damit man dieses Atahiyyatudillahi schnell lernt, legt euch hier, macht euch hier eine Tasche hin und legt einen Zettel drauf, wo ihr das in großen Buchstaben, in deutscher Umschrift schreibt und lest es ab. Okay? So, jetzt kommt das Nachmittagsgebet. Das Nachmittagsgebet ist genau von der Art und Weise der Durchführung so, wie das Mittagsgebet, genau dasselbe. Es ist das vierte Gebet, die vierte Gebetszeit auf dem Gebetsplan. Wir haben gesagt, auf dem Gebetsplan stehen sechs Gebetszeiten. Die erste Gebetszeit ist was? Anfang des Morgensgebetes. Die zweite Gebetszeit ist das Ende des Morgengebetes. Die dritte Gebetszeit ist die Anfang des Sohgebetes. Die vierte Gebetszeit ist der Anfang des Asa-Gebetes und das Ende des Sohgebetes. Das Sohgebet ist welches Gebet? Das Mittagsgebet. Asa-Gebet ist welches Gebet? Nachmittagsgebet. Das Nachmittagsgebet sieht genauso aus, wie das Mittagsgebet. Man zitiert den Koran leise, wenn man alleine betet und wenn man mit der Gemeinschaft betet und wenn man mit dem Imam betet und wenn man selber Imam ist. Wenn man aber selber Imam ist, dann macht man natürlich die Kommandos laut. Allahu Akbar, damit die hinter einem wissen, dass man sich bewegt. Jetzt kommt das Abendgebet. Das Abendgebet ist welches Gebet? Das Maghrib-Gebet. Das fünfte Gebet auf dem Gebetsplan. Wie verrichtet man das? Dieses Gebet besteht aus drei Gebetsseinheiten. Wir haben gesehen, das Morgengebet waren zwei, das Mittagsgebet waren vier, das Nachmittagsgebet waren vier. Jetzt kommt das Abendgebet mit drei. Hier werden die ersten zwei Rakat laut Koran zitiert, aber wenn man hinter einem Imam betet, ist man leise. Nur wenn man alleine betet oder selber Imam ist. Und das letzte Rakat, lesen alle den Koran leise. Ich mache es einfach mal. So, das Maghrib-Gebet, ja. Man hat die Niyah im Herzen zum Maghrib. Jetzt sagt man, Allahu Akbar. A'udhu billahi min ash-shaytan al-rajim. Mein Mund ist ein bisschen trocken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Arrahmanirrahim. 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 Iyaka al-Nabr wa Iyaka al-Stahain Ihdina al-Sirat al-Mustachim Sirat al-Lathin an'amnt عليهم Ghyrii al-Mugdub عليهم Walad-Dalin Amin Wie gesagt, die Augen bleiben immer auf Ich hab die jetzt manchmal zugemacht, das ist einfach Reaktion, weil es auch ein bisschen spät jetzt ist Okay, jetzt, was sagt man danach? Allahu Akbar Jetzt sagt man wieder leise alles Subhanahu al-Rabbi l-Azim Subhanahu al-Rabbi l-Azim Subhanahu al-Rabbi l-Azim Subhanahu al-Rabbi l-Azim Rabbanu al-Kalabd Allahu Akbar Subhanahu al-Rabbi l-Azim Allahiu Akbar Rabbanu al-Rabbi l-Azim Allahiu Akbar Subhanahu al-Rabbi l-Azim Subhanahu al-Rabbi l-Azim Allahiu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrahmanirrahim Malik Yawmiddin Ayyaka nabru wa ayyaka nasta'ayin Yuhdi nassirat al-mustakim Siraat al-lazina an'amta'alayhim Ghayri al-mughdubi alayhim Waladdaaliyin Amin Allahu Akbar Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar So, im zweiten Rakat von jedem Pflichtgebet bleibt man sitzen. Wenn es der zweite Rakat vom Morgengebet ist, weil das Morgengebet nur aus zwei Rakat besteht, macht man bis zum Ende durch. Wenn es der zweite Rakat von den anderen gebeten ist, macht man nur bis, man kann auch weitermachen, aber für die Anfänger erst mal, es gibt da auch noch einige Details, die möchte ich jetzt noch nicht mit wehnen, das ist noch nicht so wichtig. Macht man nur bis, A-shadu an la ilaha illallah wa a-shadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Okay? Jetzt machen wir mal vor. A-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu as-salamu ala nabiyy wa rahmatullahi wa barakatuhu as-salamu alayna wa salamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. A-shadu an la ilaha illallah wa a-shadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jetzt sagt man Allahu Akbar. Ich gehe einfach wieder runter und sage, jetzt ist die dritte. So, wenn ich jetzt Allahu Akbar sage, dann gehen wir hoch zum dritten Rakat. Das war der zweite Rakat. Jetzt sage ich Allahu Akbar, dann kommen wir zum dritten. Also, nochmal. A-shadu an la ilaha illallah wa a-shadu an la ilaha illallah wa a-shadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahu Akbar. Jetzt kommen wir zum dritten Hoch. Und jetzt, wie zitiere ich jetzt die Fatiha, die erste Suche? Leise. Sowohl der Imam, als auch der, der hinter dem Imam betet, als auch derjenige, der alleine betet. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Ich habe mich gerade etwas bewegt. Das habe ich natürlich nur gemacht, um ein bisschen die Position zu verändern. Damit ihr mich aus verschiedenen Positionen beobachten könnt, als Anfänger, ja. So, jetzt bin ich fertig mit der Fatiha, habe gesagt, Amin. Fatiha ist die öffnende Suche, die wir immer lesen, in jedem Rakat. Die muss in jedem Rakat gelesen werden. Auch wenn man hinter dem Imam ist. Jetzt sagen wir, Allahu Akbar. Subhanallah. Allah Allah Subhanerubilayla Subhanerubilayla Allahum akbar Rabbeogfeh yalli Rabbeogfeh yalli Allahum akbar Subhanerubilayla 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 Allahum akbar Jetzt habe ich zwei Rakats gemacht in drei Dritten Rakat. Aus wie vielen Rakat besteht das Abendgebet? Aus drei Rakat. Das heißt, ich mache jetzt wieder At-Tahiyya. Und wie sitze ich mit den Füßen? Ich sitze wieder, wenn ich im dritten Rakat bin, optimalerweise so. Okay. Optimalerweise. Wenn man es wieder nicht kann, habe ich eben schon erklärt. Und was machen wir jetzt? Jetzt machen wir weiter. Im zweiten Rakat haben wir nur bis hierhin gemacht. Aber jetzt, wo das der letzte Rakat ist, die letzte Gebete hat, sagen wir. Was machen wir jetzt? Jetzt kommt das Aisha-Gebet, das Nachtgebet. Wie findet das statt? Es ist genauso, aber ich brauche es nicht vorzumachen, es ist genauso wie das Dhor und das Asa-Gebet. Genauso wie das Mittags- und das Nachmittags-Gebet. Außer, dass in den ersten zwei Rakat die Suren vom Koran nicht leise, sondern laut gebetet werden. Ansonsten ist alles leicht, deswegen erübrigt sich das. Ich hoffe, dass ihr das alles verstanden habt. Ich habe extra langsam gemacht, ausführlich gemacht. Wie gesagt, mit dem Finger, es gibt dort viele verschiedene Variationen. Ihr könnt euch gerne auch von anderen Varianten überzeugen lassen. Das ist eine Sunna-Tat im Gebet. Selbst wenn man den Finger nicht bewegen würde, ist das Gebet nicht ungültig. Aber wir versuchen natürlich, dem Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, unserem Vorbild so gut wie möglich zu folgen. Und das, was ich, diese Version, die ich gemacht habe, ist nicht meine eigene Version. Das ist die Version von Imam al-Shafi, rahimahullah. Und deswegen bedanke ich mich bei euch. Alles, was richtig war von Allah und alles, was falsch war von meiner eigenen Seele und vom Shaitan. Subhanak l-Uma b-hamdik. Aşhad wa l-la ila ila and. Asta'afhöruch wa atub alayk. Asta'afhöruch wa atub alayk. Asta'afhöruch wa atub alayk. Asta'afhöruch wa atub alayk.